Hallo zusammen, mein Name ist Dennis und heute werden wir uns den Heisenz Trichroma Laser TV 4K Fernseher aus der L9 Serie ansehen. Er wurde von einer Welt unglaublicher Farben inspiriert und ist ein echtes Erlebnis für deine Augen in einer unglaublichen Bildgröße, die alles andere im Vergleich unscheinbar normal wirken lässt. Laser TV Beamer sind eine einzigartige neue und andere Art von Fernseher. Bezogen auf die Projektionstechnologie sind sie keine einfachen Beamer. Heisenz kombiniert drei innovative Laser-Lichtquellen. Dazu eine ALR, Projektionsleinwand für Umgebungslicht, ein intelligentes Betriebssystem und einen TV-Tuner in einem Gesamtpaket, was sie zur besten Wahl für einen Großbildfernseher in bis zu 120 Zoll in ihrem Wohnzimmer macht. Mit 2036 angemeldeten Patenten von 2K bis 4K, von einfarbig bis dreifarbig, ist Heisenz ein Pionier in der Laser-TV-Branche und produziert weiterhin wegweisende, bahnbrechende Produkte in dieser speziellen TV-Lösung und stellt das Know-how auch anderen Laser-TV-Marken bereit. Lernen wir das Flaggschiff von Heisenz kennen, den L9H. Es handelt sich um einen Tree-Chroma-Laser-TV, der mit einer 100 Zoll oder 120 Zoll supergroßen, flexiblen ALR-Screen geliefert wird, der dir ein echtes kinematografisches Seherlebnis bietet und sogar Dolby Vision unterstützt. Die ALR-Technologie, ausgesprochen Ambient Light Projection, erhöht die Bildhelligkeit ungemein auf der Screen und verhindert, dass Farben verwaschen und matschig erscheinen. Der RGB-Dreifarb-Laser-Lichtquellen-Prozessor erzeugt gleichzeitig dreifarbige Teilbilder eines Bildes. Dies verbessert die Farbdarstellung, die Schärfe und die Helligkeitsuniformität. Ein breiterer Farbraum und Verbesserungen in der Tree-Chroma-Laser-Engine und umgebungslichtreduzierter ALR-Screen schaffen Bilder, die dem, was das menschliche Auge sehen kann, verdammt nahe kommen. Was bedeutet das? Der führende Farbstandard der Zukunft für Fernseher heißt BT 2020. Je höher der Farbraum, umso besser. In diesem Fall 107 Prozent. Was bedeutet, dass dieser Laser-TV 7 Prozent mehr Farben als der derzeit höchste Standard auf dem Markt erzeugen kann. Viel mehr als jeder OLED- oder LED-TV dieser Welt. Egal welcher Preisklasse. Dank der 4K HDR-Technologie bietet der Heisens L9H Laser TV eine ganz neue Palette an Farben und Kontrasten, sodass du ein atemberaubend lebendiges Bild mit unglaublicher Tiefe und reichen Bilddetails genießen kannst als je zuvor. Du siehst Details, die andere nicht sehen und darstellen können. Andererseits bietet der Heisens L9H Laserbeamer unerwartete Kontrastszenen und extrem lebendige Bilder. Mit einer Helligkeit von 3000 ANSI Lumen und einem ALR Bildschirm springen helle und lebendige Videostreams von der Heisens Treechroma Laser TV Projektionsscreen. Hohe Helligkeitsuniformität gewährleistet, dass die Helligkeit an jeder Position des Bildschirms konsistent und hell ist. Dieser Laserfernseher bietet auch einen integrierten Sound und verfügt über Dolby Atmos und 40 Watt eingebaute nach vorne gerichtete Lautsprecher, die dich in die Aktion eintauchen und vereinen lassen mit kraftvollem Audiosound, der dich umgibt. Der Heisens L9H Treechroma Laser TV vervollständigt das Heimkinoerlebnis in einer puristischen Art und Weise. Über das Betriebssystem. Der Heisens L9H UST Beamer verwendet das ultraschnelle Wiederbetriebssystem. Hochmodern, benutzerfreundlich, schnell, sicher und kostenlos, wie auch die Firmware-Updates. Es bietet einfachen Zugang zu den besten Inhalten von globalen und lokalen Partnern auf ihrem Großbildschirm. Du hast Zugang zu Netflix, YouTube Prime Video, Disney Plus und hunderten anderer Apps. Außerdem ist der Heisens Laser TV ein echter Smart TV. Er verfügt über einen eingebauten Tuner, der dir auch ein stabiles Broadcasting-Streaming bietet, via Wi-Fi. Der Gaming-Modus ILLM, Auto Low Latency Mode, erkennt automatisch, wenn du deine nächste Generation einer Spielekonsole starten willst und optimiert automatisch die TV-Einstellungen, um ein verzögerungsfreies Spielerlebnis zu bieten. Laser TV Beamer sind auch augenfreundlich und emittieren kein schädliches blaues Licht, das deine Augen ermüdet, sodass du komfortabel und ohne Belastung für die Augen schauen kannst. Und um das Ganze abzurunden, sieht er auch noch gut aus. Er hat schöne geschwungene Oberflächenlinien und die Seitentasten sind integriert, sodass er nahtlos in jeden Einrichtungsstil passt. Profitiere auch du von unserem sagenhaften Fußball-EM-Rabattcode. Groß und zusammen eingeben. EM2024. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Heisens ist offizieller Sponsor der Fußball-EM 2024. Erlebe großen, unheimlich scharfen Fußball mit einem Heisens L9H Trichroma Laser TV. Bis bald, dein Beamer24. essa Dinn markiert. GmbH Headsteuer und hinter warm